Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Stefan Brönle und ich möchte dir in dieser Reihe Leben mit Gaia näher bringen, wie du Schritt für Schritt eine andere Beziehung zur Erde, zum Bewusstsein der Erde aufbauen kannst. Ja, und ich möchte dir heute eine für mich sehr intensive und dennoch sehr einfache Meditation zeigen. Und am besten machst du die natürlich im Freien, natürlich draußen und wenn es irgendwie der Balkon oder der eigene Garten ist, eben besser deine Beziehung zum Umfeld, zur Natur, zum freien Luftraum ist, umso besser ist das für diese Meditation oder vielmehr ist es eine Wahrnehmung. Und zwar geht es darum, mit der Erde zu atmen. Also, schließe deine Augen und werde erst einmal ganz still. Dann gehst du in deinen Herzraum. Gehe in dein Herzchakra, in die Mitte deiner Seele, wenn du so willst. Und stell dir vor, du hast dort ein Portal, ein Fenster und das öffnest du. Öffne dich der Natur, öffne dich der Erde, öffne dich Gaia. Und wende dein Bewusstsein auch nach außen. Bleib also nicht nur im Inneren, sondern nimm den Raum um dich mit hinein in dich und schau mal, ob du vielleicht erst mal auch nur mit der Hand ganz sanfte Veränderungen des Widerstands wahrnehmen kannst. Das ist wie ein sanfter Druck, der sich aufbaut und wieder nachlässt. Sich wieder aufbaut und wieder nachlässt. Spüre dem einen Moment lang nach. Häufig ist das auch an den Lippen wahrzunehmen. Die sind sehr sensibel. Oder eben an den Fingerspitzen. Und wenn du diese Wellen anfängst wahrzunehmen, ganz sacht, ganz, ganz fein ist das. Erwarte am Anfang nicht zu viel. Du wirst das mit der Zeit immer besser wahrnehmen können. Dann pass deinen Atem dieser Welle, dieser Druckwelle, dieser sanften an. Es sind ätherische Atmungsrhythmen Gaias. Und atme jetzt mit Gaia ein und aus. Ja, und lass zu, dass dieser Atemrhythmus Gaias deine Atmung übernimmt. Und steuert. Lass es zu. Mit dieser Atmung, indem du die Gaia-Atmung übernimmst. Die Gaia-Atmung, die Atmung des Erdbewusstseins. Wirst du ein Teil der Erde. Wirst du ein Teil der Natur. Und die Tiere um dich und die Pflanzen werden auf dich reagieren. Atme ganz sanft den Atem der Erde. Und die Erde ein und aus. Für mich immer ein sehr, sehr intimer Augenblick, um mit der Erde in Resonanz zu treten. Um zuzulassen, dass Gaia auch ganz in mich eindringt. Und ja, vielleicht nimmst du dir dafür eine ganze Geweilezeit viel mehr, als ich jetzt in diesem kurzen Video dir geben kann. Und achte anschließend auch darauf, wie sich der Raum um dich herum anfühlt. Wie er sich verändert hat. Für mich ist er meistens weicher geworden. Die Farben sind kräftiger, leuchtender. Das Ätherische ist stärker wahrnehmbar. Diese kleine Übung, mit der Erde zu atmen, kannst du jeden Tag machen. Du brauchst nicht lange. Du kannst das natürlich auch eine halbe Stunde machen und sehr intensiv eintauchen. Aber gelegentlich reichen auch zwei oder drei Minuten, um wieder in diesen Flow zu kommen. In diese Verbindung mit der Erde, mit Gaia. Ja, und schreib mir doch mal unten in die Kommentare, ob du die Übung gemacht hast und wie es dir damit ergangen ist. Wäre auch schön, wenn du ein Like da lässt. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, bei Leben mit Gaia.